Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review von Attack on Titan Manga Kapitel 135 und oh boy, ich weiß, ich habe das mittlerweile lange nicht mehr gesagt, daher nehme ich mir das mal raus, das heute mal wieder zu sagen nach langer Zeit. Das ist eines der besten Attack on Titan Kapitel gewesen, die ich je gelesen habe. Ein Kapitel, was Emotionen und absolutes Drama und auch ein geballtes Actiongewitter mit drin gehabt hat. Wir haben ja auch einige Punkte mit dabei, die uns wieder zum Überlegen, zum Nachdenken bringen, würde ich mal so sagen, aber da werden wir jetzt drüber reden. Falls ihr das Kapitel noch nicht gelesen habt, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und ich würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da lasst, das Video vielleicht auch mit einem Dornchen nach oben bewertet, um mich zu supporten, meine lieben Freunde. Aber reden wir gar nicht weiter groß drumherum. Wir haben in diesem Chapter eigentlich nur einen großen Schauplatz, sage ich jetzt mal so. Klar, wir haben einmal so ein bisschen zur Seite geguckt, aber das ist gar nicht so wichtig gewesen, wenn ihr mich fragt. Viel wichtiger ist das gewesen, was eigentlich sich auf dem Rücken von Erens Titan abgespielt hat, denn da spielt das Hauptsächliche. Was wir am Anfang einmal so ganz nebenbei und was wahrscheinlich viele gar nicht so richtig verstanden haben gesehen haben, ist, dass Ymir Fritz die Schweine wirklich freigelassen hat. Ja, und ich habe es auch schon mal gesagt im Stream, das klingt vielleicht lächerlich für den einen oder anderen von euch, aber dass Ymir Fritz die Schweine freigelassen hat, ist etwas Wichtiges. Damals, in Kapitel 122, haben wir den Flashback, den Ursprung der Titanenkräfte gesehen. Wo hat Ymir Fritz ihre Titanenkraft bekommen? In diesem Kapitel wurde Ymir Fritz dafür verurteilt, dass sie die Schweine einfach aus dem Stall freigelassen hat. Deswegen wurde sie dann auch gejagt und mit Steinen beworfen etc. Und wir dachten lange Zeit, dass sie die Schweine gar nicht freigelassen hat, dass sie das gar nicht war, aber Leute, sie war es tatsächlich. Und vielleicht ist das Freilassen der Schweine auch so ein bisschen ein Zeichen ihres Dranges nach Freiheit. Das Chapter hört auf den Namen Battle of Heaven and Earth, also die Schlacht von Himmel und Erde. Und wir sehen in diesem Chapter immer wieder, wie Ymir Fritz selbst auf dem Rücken von Erens gigantischen Titanen erscheint. Ich sage jetzt nicht, dass sie am Leben ist oder so, sondern eher, dass sie quasi erscheint aus den Knochen herauskommt. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Ähnlich, wie das auch die Titanen tun. Wir haben nämlich hier den Beast Titan beispielsweise ja im letzten Chapter gehabt. Und der hat im vergangenen Chapter ja schon so ein bisschen komisch auf uns gewirkt mit dieser Schnur und so alles. Und ja, wir haben die Bestätigung bekommen, da ist Sieg gar nicht drin gewesen, sondern dieser Titan ist einfach nur eine leere Hülle, eine Marionette sozusagen gewesen, die dann auch hier relativ schnell zu Fall gebracht wird. Aber das ist eben nicht alles, Leute. Denn wir erfahren kurz danach, dass auf dem ganzen Rücken nach und nach Titanen erscheinen. Und Leute, das sind nicht irgendwelche Titanen, die hier erscheinen. Ich würde euch so gerne mehrere Bilder zeigen, aber wie ist das Copyright, Urheberrecht und so nimmt mich einfach komplett auseinander. Wir haben es ja schon mal hier auf meinem Kanal mehrmals gehabt. Wir haben nämlich hier eine Szene gehabt, wo Armin gerade noch so nachdenkt, wo Armin an Erwin Smith denkt und daran denkt, dass man ja bereit sein muss, etwas zu opfern, wenn man auch an etwas glaubt und etwas gewinnen will. Und genau in diesem Moment kommt aus dem Hintergrund ein Titan, ein neuer, in Anführungszeichen, Titan an. Und der sieht einfach mal aus wie so eine Art Chamäleon mit einer langen Zunge. Und der macht auch eine mega abgefuckte Szene hier mit Armin, Leute. Der steckt seine Zunge in den Mund von Armin. Ich denke, das wird er tun, damit Armin sich selbst nicht auf die Zunge beißen kann und sich so nicht in den Titan verwandeln kann. Und dieser Titan, der vernascht dann Armin einfach. Also, er count nicht auf ihn, sondern er schluckt Armin runter. Und in dem Moment sieht Armin auch wieder Ymir Fritz. Ymir Fritz wird hier so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt auch werden, sage ich mal so. Denn sie scheint offensichtlich, naja, in Anführungsstrichen, böser zu sein als gedacht. Und gerade steht für mich Eren gar nicht mehr so im Fokus. Eren ist für mich gar nicht mehr so der, wo ich mir denke, okay, der will vielleicht alles vernichten. Mittlerweile glaube ich, dass Ymir Fritz da ihre Finger mit im Spiel haben könnte. Denn Ymir Fritz ist ja durch Eren erst freigelassen worden. Wir wissen ja gar nicht, was ist ihre Motivation? Was wollte sie eigentlich immer? Was war ihr freier Wille? Den konnten wir nie erfahren, egal ob in Flashbacks oder sonst wo. Als Eren sie freigelassen hat, ihr die Freiheit sozusagen wiedergegeben hat, kann sie jetzt tun, was sie will. Und das tut sie, Leute. Denn, wie schon gesagt, sie erstellt auf dem Rücken von Erens Titan lauter Titanen-Marionetten. Aber auch das, Leute, sind nicht irgendwelche Titanen-Marionetten, sondern das sind einfach fucking ehemalige Titanen-Wanderer. Und, Leute, das sind nicht 3, 4, 5 oder so. Ja, das sind nicht 10, das sind auch nicht 20. Das sind aber Dutzende, das sind, ja, ich würde sogar sagen Hunderte, wenn nicht sogar fast alle ehemaligen Titanen-Wanderer, die es jemals gab. Wir haben hier ehemalige Titanen-Wanderer vom Attack-Titan, vom Warhammer-Titan, vom Jaw-Titan haben wir einige weibliche Titanen, Founding-Titan. Leute, wir haben hier einen Overlord, wir haben sogar einen Beast-Titan, der aussieht wie ein Werwolf. Wir haben einen Beast-Titan, der aussieht wie ein Minotaurus, also wie so eine Art Büffel, wie so ein Stier. Wir haben echt kreative Sachen, auch einen neuen gepanzerten Titan haben wir hier, der ganz anders aussieht. Der aussieht, als wenn er von Steinen beschützt wird und nicht von einer Rüstung. Ganz, ganz wilde Sache, Leute. Ich werde dazu noch ein komplettes, ausführliches Video machen, in dem ich auf all die ganzen Titanen-Gestalten eingehe, die man da so sieht. Also die, die man auch wirklich erkennen kann, jetzt nicht welche, die ganz weit in der Ferne sind. Ja, wir sind nämlich jetzt hier, dass diese Titanen sich relativ gut bewegen können, weil die hängen ja an so Fäden, wie der Beast-Titan auch schon im vergangenen Kapitel. Und die greifen jetzt Rainer und Co. an und die haben echt Probleme. Rainer hat auch echt Probleme, gegen die zu kämpfen und John und Co. gehen auch so ein bisschen die Donnersperre aus. Die sind in der Lage, nach und nach so ein paar von den ganzen Titanen-Wandern, ehemaligen Titanen-Wandern zu vernichten. Aber für jeden Titanen-Wanderer, der fällt, kommen gefühlt zwei neue nach. Und so ist das Ganze so ein bisschen eine ausweglose Lage. Vor allem, weil auch Armin, der ja mit so einen gewissen Effekt haben sollte. Armin hat gesagt, dass er sich verwandeln will, wenn er herausgefunden hat, wo Erens Körper ist, sein echter Körper ist, um hier ein bisschen Zeit zu schinden. Vielleicht das Ganze auch zu beenden. Aber Armin wurde dann ja von diesem Chamäleon-Titan gefressen. Und daher sind auch die anderen so ein bisschen, naja, sind so ein bisschen ratlos. Was sollen sie jetzt machen? Vor allem, weil die ganzen Titanen jetzt hier vor ihnen stehen. Wie gesagt, absolut krasse Gestalten, die wir hier haben. Auch Karrentitan, alles mögliche. Wie gesagt, Leute, schaut euch das im Chapter mal selbst an. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Ganze mal reinziehen. Ich würde euch die Bilder, wie gesagt, gerne geben. Geht aber leider wegen Urheberrecht nicht, solange die Bilder nicht koloriert sind. Und Pieck ist aber am Start in der Form ihres Karrentitans. Und wir haben ja im letzten Chapter schon gesehen, dass sie ihre, ja, die Bomben mitgenommen hat. Die Bomben, die eigentlich um das Flugzeug gewickelt waren. Mit diesen Bomben will Pieck jetzt zum Nacken von Erens Titan gehen und will den Nacken von Erens Titan in die Luft sprengen. Und Pieck ist es auch egal. Sie hat keine emotionale Bindung zu Eren. Ganz im Gegenteil. Sie hat eher eine Abneigung gegenüber Eren. Und deswegen zögert sie hier nicht. Und sie schafft es auch quasi bis zu Erens Kopf. Und da könnte man fast denken, geil, Alter, die kriegt's hin. Die macht jetzt Eren hier fertig. Die jagt den jetzt in die Luft. Doch genau in dem Moment, wo sie quasi den Zünder drücken will, kommt, real talk, Leute, der fucking Warhammer Titan von Mrs. Tiber aus dem Hintergrund. Leute, was ist das denn? Ein Titan, den wir ja nur so kurz gesehen haben, den wir jetzt übrigens auch ja bald in der finalen Staffel sehen werden. Ich rechne so mit Folge 5 oder 6 von der finalen Staffel von Attack on Titan. Der kommt, erstellt sich einen Vierzack, also so einen Spieß, so eine Mistgabel und spießt einfach hier den Karrentitan von Pieck auf. Und so kann Pieck die ganzen Bomben nicht in die Luft jagen und ja, Eren überlebt das. Aber Leute, es ist einfach nicht der einzige Titan, den wir kennen, der hier ist, sondern auch Porco Galliard ist mit seinem Jaw Titan am Start und greift ausgerechnet Rainer an, versucht Rainer hier zu killen. Und wir sehen auch, und das ist ganz, ganz wichtig, Leute, merkt euch das, die ganzen Titanen, die wir hier sehen, sind wirklich von den Fähigkeiten her ähnlich, wie es ihre Nutzer waren. Das heißt, der Kiefer-Titan von Porco kämpft hier auch so, wie Porco es getan hat. Der Warhammer-Titan von Mrs. Tiber bewegt sich, hat dieselben Stellungen eingenommen, wie das auch der Warhammer-Titan zu Lebzeiten von Mrs. Tiber gemacht hat. Und nicht zuletzt war das ja auch im letzten Chapter beim Beast-Titan von Sigso. Der konnte genauso gut werfen, wie es Sieg konnte. Das heißt, die Eigenschaften der Titanen-Wanderer sind hier am Start, obwohl die tot sind. Die große Frage, die sich auch stellt ist, ist Sieg schon tot? Ist er jetzt wirklich tot? Konnte seine Marionette nur erstellt werden, seine leere Hülle nur erstellt werden, weil er schon tot ist? Können wir vielleicht am Ende nochmal einen Schwenker zu machen, weil der Cliffhanger in diesem Chapter könnte uns da eine mögliche Antwort liefern? Rainer, wie gesagt, mitten im Gefecht, wird dann hier aber gerettet von den anderen. Aber es ist trotzdem ein bisschen ausweglos, wenn man ganz ehrlich ist. Es tauchen halt so viele Titanen auf. Es ist schon ein gewisses Chaos, würde ich so sagen. Armin sehen wir dann aber auch nochmal, denn Armin ist ja im Magen dieses Titans, dieses Chameleon-Jaw-Titans, von dem er eingesaugt wurde. Wenn das denn der Jaw-Titan war, es könnte auch ein Karrentitan sein. Und hier fragt sich Armin dann selbst, wer ist hier überhaupt der Böse? Ja, will Eren mich töten? Nein, Armin hat schon gecheckt in diesem Moment, dass nicht Eren sie gerade angreift. Dass diese ganzen Titanen, die hier entstehen, dass die nicht entstehen, weil Eren das will, sondern die entstehen, weil Imer Fritz das möchte. Weil sie die erstellt und weil sie quasi wie eine Art Antikörper, das ist mein Beispiel, was ich gebracht habe. Und Rainer und Co. sind quasi wie Parasiten, wie Bakterien auf dem Körper von Erens Titan. Und Imer Fritz ist quasi das Immunsystem, was jetzt mit den Titanen versucht, diese Bakterien, diese Viren loszuwerden. Um das mal mit einem dieser specialen Kevkovic-Vergleiche hier zu bringen. Daher fragt sich Armin auch, wie soll das Ganze hier überhaupt noch gelöst werden? Imer Fritz ist unbesiegbar und dann kommt es, Leute. Berthold Fuba erscheint vor Armin und weint auf einem Auge. Heftige Szene, Leute. Und da stellt sich jetzt auch die Frage, und die richte ich auch mal an euch, Leute. Ist es so, dass die ganzen Titanen-Wandler, die wir hier haben, die ganzen Titanen-Gestalten, muss man ja sagen, die schon leer sind? Also da sind ja keine Menschen mehr drin. Das wissen wir ja mittlerweile bestätigt. Aber ist es trotzdem so, dass diese Titanen noch einen Teil der Seele, des Bewusstseins... Ich glaube, Bewusstsein passt am besten, wenn wir das hier mit der Koordinate in Verbindung bringen. Dass diese einen Teil des Bewusstseins der Menschen haben oder der ehemaligen Titanen-Wandler haben. Und dass die aber nicht frei sind, sondern dass die von Imer Fritz beherrscht werden. Dass Imer Fritz die gerade benutzt, um quasi Gewalt auszuüben, um die Parasiten, um die Feinde auszulöschen. Das würde erklären, weshalb wir hier Berthold vor Armin sehen und weshalb er auch weint. Denn kurz danach sehen wir, dass Bertholds kolossaler Titan auftaucht. Und alter Leute, das ist einfach so heftig, den mal wieder in Manga-Form zu sehen. Und der macht halt nicht irgendwas, sondern er packt sich Reiners gepanzerten Titanen und beißt Reiners Oberkörper einfach weg. Und Rainer kann nur aus einem Grund überleben. Und das ist, weil John Kirstein, the motherfucking Goat, am Start ist und im letzten Moment Rainer das Leben rettet, ihn da rausholt. Einfach heftig. Generell, die Dramatik, es ist ein Wunder. Und das sage ich schon mal voraus und es ist ein Wunder, dass kein Charakter von unserem Hauptcast, sage ich jetzt mal, hier gestorben ist. Es ist ein absolutes Wunder. Conny ist, glaube ich, zwei, drei Mal davor gewesen. Wird erst von Mikasa gerettet. Wird danach auch nochmal von Levi gerettet, als der dann ja am Start ist und sich wieder so ein bisschen bewegt. Außerdem rettet Mikasa John und Rainer. John und Rainer auch. Leute, muss ich einfach nur nochmal drüber reden. John und Rainer, die haben auch noch so eine Situation, wo John quasi die Hand von Rainer hält und sagt, ich lasse dich nicht los, wenn du auf den Boden fällst. Egal, ob er es gepanzert hat, Titan oder nicht. Du wirst platt getreten, du wirst sterben und wir ziehen das jetzt hier gemeinsam durch. Wenn wir sterben, dann sterben wir hier zusammen, während wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Es ist wirklich eine schöne Szene, Leute, weil Rainer und John, man sieht halt, John und Rainer, die haben sich immer gewertschätzt. Die waren immer Freunde und diese Situation, die Welt hat den beiden einfach diesen Zwang gegeben, dass sie gegeneinander kämpfen mussten. Sie waren einfach in diesem Sinne nicht frei, sondern waren in ihren eigenen Welten gefangen. Und jetzt sind die beiden wieder am Start als Freunde, halten sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes die Hand und wollen bis zum bitteren Ende gemeinsam Seite an Seite kämpfen. Conny wird dann, wie gesagt, nochmal gerettet von Levi. Aber, Leute, und jetzt kommt das große Aber. Levi hat in diesem Chapter schon ein paar Mal Blut gespuckt. Und klar, das Blut hat er gespuckt, weil er natürlich noch nicht regeneriert ist. Der Junge, der hat eine Explosion hinter sich. Der ist eigentlich noch mega verletzt und geht trotzdem wieder in die Schlacht. Das führt dann aber dazu, dass er hier nicht flink genug ist und von einem weiteren Titan, der auch mega abgefuckt aussieht, ins Bein gebissen wird. Sein Bein wird nicht abgebissen, weil Mikasa auch da wieder zur Rettung kommt. Nichtsdestotrotz ist Levi hier jetzt wieder angeschlagen, kann sein Bein nicht bewegen. Sein linkes Bein ist es und die Situation ist einfach ausweglos. Überall hängen Titanen, ehemalige Titanenwander herum. Und ja, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, wie das gelöst werden kann. Aber Mikasa geht nicht auf. Und Mikasa, Leute, ich glaube, das ist das Chapter für Mikasa. Ich glaube, Mikasa hat noch nie so ein Chapter gehabt, in dem sie so viel bewirkt hat. Weil Mikasa hat Real Talk in diesem Chapter jedem den Arsch gerettet. Klar, Levi hat auch den Arsch gerettet, aber nichtsdestotrotz hat Mikasa letzten Endes auch wieder Levi den Arsch gerettet. Mikasa, wirklich Gold in diesem Chapter. Einmal Props bitte, Leute, für fucking Mikasa. Und da haben wir ein unglaublich heftiges Panel, wo wir Mikasa sehen. Man sieht Flügel hinter ihr und sie sagt, kommt doch, ich bin Mikasa und ich werde euch alle besiegen. Ich bin stark. Erinnert natürlich an eine Szene, die wir in der ersten Staffel gehabt haben, als Mikasa geglaubt hat, dass Eren tot ist. Da hat sie das Schwert hochgehoben und gesagt, ich bin stark und deswegen kämpfe ich und gehe weiter voran. Und genau das macht sie hier auch wieder. Und sie wäre eigentlich gestorben. Aber, Leute, Falco, unser Boy in seiner Titanengestalt, in der er fucking fliegen kann, Leute. Falco als fucking fliegender Titan ist sowas von am Start und rettet hier den Tag zusammen mit Anni und Gabi ist er am Start. Ich bin auch mal gespannt, wie sie das erklären mit Falcos Titan. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass ich Falco so ein bisschen in Kontakt setze mit Sieg. Ich weiß, viele von euch wollen nicht hören, dass Sieg tot ist. Ich glaube aber, dass das schon so ein Zeichen sein könnte, dass Falco halt wirklich ein Hybrid-Titan ist. Er hat den Jaw-Titan gegessen, aber kurz danach, nachdem er quasi wieder zum Menschen wurde, ist Sieg ja oder könnte Sieg ja theoretisch gestorben sein durch die Geröllteile der Mauer, durch die Füße der kolossalen Titanen. Und weil Falco ja die Rückenmarksflüssigkeit, die ja entscheidend ist, um eine Titanenkraft zu bekommen, er hat die Rückenmarksflüssigkeit von Sieg ja in sich getragen, kurz nachdem, oder kurz bevor sogar noch, kurz bevor Sieg gestorben ist, vielleicht ist dann durch die Coordinate die Kraft des Beast-Titans nicht random an ein neugeborenes Kind gegangen, sondern die ist einfach an Falco gegangen, weil er noch eine wirklich legit Connection gehabt hat, durch das Rückenmark oder die Rückenmarksflüssigkeit von Sieg, die er ja gespritzt bekommen hatte, beziehungsweise die er sich eingeflößt hat durch den Wein. Dadurch könnte es sein, dass sein Titan jetzt eine Art Hybrid hier ist zwischen dem Kiefer-Titan und dem Beast-Titan. Wäre ziemlich nice, aber da könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Anni, wie gesagt, hier am Start, hat auch gesagt, ich habe keine andere Wahl, ich muss jetzt hier mit sein. Und so ist das auch der Cliffhanger dieses Chapters, Leute. Sie sind jetzt alle reunited, Levi natürlich außer Gefecht und es wirkt wirklich alles hoffnungslos, Leute. Wir haben natürlich in der Mitte des Chapters noch so ein paar Stellen gehabt, wo Militärs von den Mali gesagt haben, ja, wir haben noch Kanonen, wir werden die Kanonen nutzen, wir werden bis zum Ende kämpfen, besser als nichts zu tun. Und ich glaube, dass im nächsten Chapter Anni, Rainer und Co., dass die jetzt hier zu dem Mali-Stützpunkt fliegen und vielleicht von da aus nochmal was versuchen, denn Pieck und fucking Armin sind ja noch auf Erens Titan. Pieck ist vorne am Kopf aufgespießt vom Warhammer-Titan, zur gleichen Zeit ist Armin irgendwo in diesem Chamäleon-Titan, der irgendwo auf dem Titan von Eren gerade herumstreunert. Die beiden sind auf jeden Fall Stand jetzt noch am Leben und die sind beide auch noch auf dem Titan am Rumwandern. Für Armin ist es klar, er muss sich irgendwie jetzt verwandeln, auch wenn das Chamäleon hier wahrscheinlich alles getan hat, dass er nichts triggern kann, dass er sich verwandelt. Bin ich mal gespannt. Ich hätte ja gesagt, Armin muss einfach den Donnersperr zünden und wenn er sich dabei seinen Unterleib wegsprengt, kann er sich ja trotzdem immer noch verwandeln. Deswegen, das wäre die einzige Möglichkeit, die ich hier für Armin sehen würde, wie er da noch gut rauskommt. Unglaublich heftiges Chapter, Leute, ich kann es nicht anders sagen. Gerade die ganze Sache mit den ehemaligen Titanenwandern. Ich finde ja die Beast-Titanen immer am faszinierendsten, was man da so hatte. Man hat aus der Ferne, wie gesagt, so Wölfe gesehen und sowas. Man hat diesen Minotaurus gesehen. Richtig kreativ. Ich glaube, Isayama konnte hier mal seine ganze Kreativität, die er so in Attack on Titan hatte, oder von ehemaligen Titanen gestalten, richtig freien Lauf verlassen. Das freut mich, weil ich da auch ein Fan von bin. Und wie gesagt, dazu wird noch ein ganzes Video kommen. Ich werde mir die, die man genau sieht, genau anschauen. Werde sie euch dann auch in einem Video zeigen. Ich werde zusehen, dass ich die alle in einem Format kriege, dass ich da auch keinen Strike bekomme. Aber so sieht es auf jeden Fall aus, Leute. Ausweglose Situation. Ich bin gespannt, wie das gelöst werden soll. Armin hat selber gesagt, Imi Fritz wirkt unbesiegbar. Und ich schließe mich hier Armin an. Sie wirkt unbesiegbar. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Die Titanen, die sie erschaffen hat, die kann sie nur am Körper von Eren erschaffen. Das heißt, die können nicht irgendwo anders erschaffen werden. So sieht es zumindest nach aktuellem Stand noch aus. Und wenn Eren wirklich im Nacken hängt, weshalb dann auch der Weimar Titan bei Peak angekommen ist und sie aufgespießt hat, dann wäre das natürlich wieder eine Chance. Denn irgendwas muss ja dran sein. Irgendwie muss ja hier Imi Fritz Angst gehabt haben, dass der Kopf von Erens Titanen weggesprengt wird. Was könnte es damit zu tun haben, Leute? Eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentarsektion. Lasst uns über dieses Kapitel reden und sagt mir vor allem, wie ihr das Kapitel fandet. Ich kann es nur nochmal sagen, Leute. Es ist ein grandioses, geiles Chapter, was richtig, richtig fett Spaß gemacht hat zu lesen. Wir haben es ja live im Stream gelesen. Ihr habt da auch noch knapp zwei Wochen Zeit. Falls ihr euch das reinziehen wollt, guckt mal bei mir auf Twitch vorbei. Da ist die Reaction auf das Kapitel auch noch live zwei Wochen nach Erstellung dieses Videos hier. Ja, in diesem Sinne, Leute. Geiles Chapter. Eure Meinung in die Kommentare zu den verschiedenen Sachen. Ich werde einige Sachen auch wieder in separaten Videos ansprechen. Das wisst ihr. Sonst wird das hier mit der Zeit ein bisschen zu lang. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben supportet. Gerne auch kostenlos abonniert, um meinen Kanal weiterhin zu supporten. Und ja, jeder Kommentar hilft auch. Meine sozialen Medien unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens im Livestream, wenn die neuen Folgen von Attack on Titan kommen. Immer sonntags, spätestens ab 17 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Neue Attack on Titan fangen am Start bei mir. Haut da rein, Leute. Macht's gut. Wunderschönen Abend. Mittag, Tag. Was auch immer. Euch noch.